Ihr habt natürlich herausbekommen, welches Tier die Kinder eben beschrieben haben. Ja, schreibt es auf eine Postkarte, schickt diese an das MDR Fernsehen. Kennwort tierisch-tierisch in 04360 Leipzig. Oder ihr macht es wie bei deiner Freund, schreibt mir eine E-Mail. Und die geht dann bitte schön an tierisch-tierisch-at-mdr.de. Normal tierisch-tierisch-at-mdr.de. So Freunde, und den 30. April nächsten Jahres, den müsst ihr euch ganz dick in eurem Kalender markieren. Denn dann wird das analoge Fernsehen abgeschaltet. Und wenn euer Fernseher dann so aussieht, dann habt ihr ein Problem. Und was ihr tun müsst, erkennt euch Uta. Ja. Ja.